Nach der Landung rollten wir zur Flugleitung. Abstellen und raus aus dem Kahn. Wo waren wir? Wir waren auf einem neuen ungarischen Flugplatz in Maros Farsaheli, 20 Kilometer vor Budak, wo wir eigentlich hinwollten. Wir könnten alles haben, nur Sprit hätten sie nicht. Toni sagte zu mir, was für ein Glück, das der alte geführt hat. Man wies uns zwei neue Schlafräume zu. Wir waren die ersten Benutzer. Der Chef rief von hier in Budak an. Dort versprach man, alles zu tun, um uns mit Sprit zu versorgen, aber unsere Bodenkolonne sei noch nicht da. Die Ungarn stellten uns einen Pkw zur Verfügung, mit Fahrer, um uns in die Stadt zu fahren. Der fuhr uns zur deutschen Kommandantur. Hannes verschwand darin. Strahlend kam er nach einiger Zeit wieder und sagte dann zu dem ungarischen Fahrer, der sehr gut Deutsch sprach, jetzt fahr uns zu einem Lokal, wo es ein gutes Bier gibt, ich habe einen mächtigen Durst. Schnell waren wir vor einem guten Lokal, wir waren die einzigen Gäste, es war ja früher Nachmittag und wir wurden hervorragend bedient. Dann kam der Hammer. Hannes sagte, in der Kommandantur sei er hervorragend empfangen worden. Die erste Frage war, wie lange haben sie und ihre Männer keine Löhnung mehr erhalten? Bestimmt schon vier Wochen nicht. Dann ging es los. Sie sind Leutnant, der nächste ist, Oberfinrich, dann Oberfeldwebel und ein Feldwebel sowie vier Unteroffiziere. Das sind unsere Techniker. Dann gab er Hannes eine Liste, die er unterschrieb und mitnahm und ein ganzes Paket mit Pengö, ungarischem Geld. Hannes bedankte sich und verschwand. Jetzt verteilte er nach der Liste das Geld. Ich bekam die Löhnung eines Feldwebels für zwei Dekaden. Das alles bleibt natürlich unter uns. Klar? Klar, antworteten wir. Danach fuhren wir zum Flugplatz raus. Dort hatte sich inzwischen nichts getan. Unsere Techniker hatten unsere Maschinen in Deckung gerollt und gut getarnt. Na prima. Wir stehen noch und erzählen. Da brummt es und über dem Flugplatzrand erscheinen einmotorige Flugzeuge im Tiefflug. Mustangs. Ich habe kaum das Wort gesagt, liegt alles flach. Ein kleines Häuschen gibt uns Deckung. Mitten über dem Platz machen sie kehrt und greifen etwas am Boden an. Wo kommen die denn her und was beschießen die? Gut, dass unsere Vögel gut getarnt sind. Abends hörten wir dann, dass etwa 30 Mustangs den Flugplatz in Sächsisch Regen plattgemacht hätten. Rudel mit seinen Stuckers liegt dort. Sollen schwere Verluste gehabt haben. Die Amis seien auf dem Rückflug von einem Platz in der Ukraine nach Italien gewesen. Gut, dass unsere Techniker unsere Maschinen sofort in den Busch gerollt hatten. Kaum hatten wir den Schock überwunden, brummte es schon wieder. Alles wieder in volle Deckung. Doch diesmal ist es eine deutsche H-111. Ein zweimotoriger Bomber. Ein Motor steht, der andere qualmt gewaltig. Der Pilot schmeißt sie mitten auf den Platz. Eine perfekte Bauchlandung. Wir rennen hin, die Besatzung steigt aus, alles gesund. Der Pilot, ein Oberfeldwebel, erklärt, dass er noch tausend Liter Sprit in den Flächentanks habe, die zum Glück nicht gebrannt hätten. Hannes beschlagnahmt ihn sofort. Die Bomberleute haben sogar eine Handpumpe an Bord und helfen beim Umtanken. 109 nach der anderen erhält je so 250 Liter Sprit. Dann wird sie wieder in Deckung gerollt. Zum Start ist es zu spät. Am anderen Morgen nach dem Frühstück bei den Ungarn Start nach Budak. Peske ist wieder in den Rumpf gekrochen. Die Bomberbesatzung kurbelt die Motoren an. Nach dem Start noch ein Überflug. Die Ungarn Linken sind nette Leute. Budak kommt in Sicht. In der Landereihe bin ich der Letzte. Fahrwerk und Landeklappen raus. Dann schießt man mir rot vor die Nase. Da sagt Toni schon im FT Spatz durchstarten, dein linkes Fahrwerk ist nur halb draußen. Ich bleibe bei dir. Da gibt es nur eins. Auf 2000 Meter flacher Sturz abfangen und auf die Fahrwerksknöpfe drücken. Dann fällt das Fahrwerk durch die Fliehkraft raus, wenn ich Glück habe. Was denkt Peske wohl hinten im Rumpf? Aber was soll ich machen? Gott sei Dank klappt es beim ersten Mal. Toni sagte, alles okay, kannst landen. Beim Ausrollen zeigen die Techniker auf meine Maschine und lachten. Was haben die denn? Als ich auf dem Abstellplatz stand und ausstieg, traute ich meinen Augen nicht. Aus dem Loch, unter dem der Tank Einfüllstutzen, guckte ein Karabiner 98 heraus. Was ist das denn? Ich machte die Luke auf, um Peske zu befreien. Schneeweiß im Gesicht guckt der mich an. Sind sie weg? Wer? Wen meinst du? Na die Mustangs. Waren denn keine Mustangs hinter uns? Nee, ich habe keine gesehen. Warum hast du denn so einen Kunstflug gemacht? fragte Peske dann. Weil ich das Fahrwerk nicht raus bekam. Was soll der Karabiner dort? Ich wollte auf die Mustangs schießen. Brüllendes Gelächter der umstehende Techniker. Als er endlich raus war, hatte er viel Spott auszuhalten. Ich nahm ihn in Schutz. Mancher von euch hätte jetzt die Hosen gestrichen voll, Peske nicht, der wollte mich sogar unterstützen. Ich klopfte ihm auf die Schulter und bedankte mich. Das hat er mich nie vergessen. Da keine Gebäude vorhanden waren, wurden alle Piloten privat untergebracht. Toni und ich kamen zum Bauern Böhm, einem stattlichen Bauernhof eines volksdeutschen Bauern. Wir wurden wie Familienangehörige behandelt. Als er dann heraus hatte, dass meine Eltern Bauern waren, musste ich erst seinen 60 Hektar Hof von hinten bis vorne begutachten. Alles, aber wirklich alles tipptopp in Ordnung. Als ich ihm das sagte, strahlte er über das ganze Gesicht. Vor dem Haus stand eine Bank. Wir setzten uns und seine Tochter brachte uns was zu trinken. Dann erzählte er mir, dass seine Vorfahren vor 600 Jahren aus Schwaben hier eingewandert seien und das ganze Land fürs Urbarmachen erhalten hätten und mit Grauen sähe er dem Tag entgegen, wenn sie vor dem Russen alles aufgeben müssten. Ich versuchte ihn zu beruhigen, aber verstehen diesen Scheiß Krieg. Mit den Ungarn kamen sie gut aus. Am anderen Morgen wurden wir früh abgeholt. Wir flogen Begleitschutz für H-111 Bomber, die den Sender in Kronstadt platt machten. Ich flog wieder als Nummer 3 in Tonis Schwaben. Außer Flack keine Feindberührung. Nachmittags mit Stukas von Rudel Tiefangriff auf rumänischen Jägerplatz, der angeblich voll belegt sei, aus ein paar alten Schulmaschinen war nichts da, die alten Doppeldecker überstanden unseren Angriff nicht. Wo war eigentlich unsere Focke Wolf Stieglitz, mit dem unser Funk Wart losgeflogen war? Nach der Landung in Budak fragte ich unseren Techniker. Großes Grinsen, der ist prima hier angekommen und heil gelandet. Am anderen Morgen sollte Tony Wolf ihn zu einem Außenplatz fliegen und der liegt mit einem angebrochenen Bein im Kranken Revier. Das war typisch. Immer große Schnauze und wenn es drauf ankommt kann er nicht mal ein Stieglitz landen. Darum hatte ich ihn auch noch nicht gesehen. Abends war er wieder da. War wohl doch nicht so schlimm mit seinem Bein. Ein Pflaster war drauf. Das war alles. Der Chef sagte morgen fliegst du wieder. Am anderen Morgen war ich zu einem Aufklärungsflug eingeteilt mit Toni Wolf als Rotten Flieger. Wir sollten die Flugplätze Buzao Mizzil und Meri aufklären. Man vermutete irgendwo Mustangs. Der Chef sagte du kennst dich ja aus im Übrigen kein Risiko eingehen und Flughöhe Grasnarbe also absoluter Tiefflug. Er schlug mir auf die Schulter und wünschte Hals und Beinbruch. Start und ab Ich schoss ihn in einem Anflug in Brand. Keine Bodenabwehr. Hin mit Ziel war das reinste Chaos. Die Fallschirmelger hatten alles gesprengt und ein riesiger Krater war da wo mal das Tanklager war. Trotzdem war der Platz voller Zivilisten Zigeuner die noch retten was noch zu gebrauchen war. Hier waren bestimmt keine Mustangs. Weiter nach Meri. Auch dort war nichts. Absolut schnellsten Weg nach Hause und Pluesti machten wir einen großen Bogen. Zuhause fragte ich Toni wie war das mit dem Stieglitz. Er guckte mich an und erzählte du wirst es nicht glauben aber im Aufsetzen packte mich eine Seitenböe und schon war es passiert. Tut mir leid aber es war so. Dann fiel mir auf dass ich meinen Skat Bruder Leutnant Hannes Riedel aus Braunschweig noch nicht gesehen hatte. Betretende Gesichter als ich danach fragte. Er hatte gerade einen Werkstattflug gemacht als die Mustangs über den Platz flogen. Er hatte sich tüchtig gewehrt und noch zwei abgeschossen dann sei aber der großen Übermacht erlegen. Abends besuchten Toni gut weniger und ich sein Grab auf dem Dorffriedhof. Wieder war einer unserer alten weg. Er war so ein feiner Kumpel. Wir schämten uns unsere Tränen nicht. Die Dorfbevölkerung hatte sein Grab über und über mit Blumen geschmückt. Es war alles zum Kotzen. Scheiße. Toni sprach es aus. Recht hatte er. Am nächsten Morgen Begleitschutz für Rudel Stuckas beim Angriff auf russische T-34 die auf dem schmalen Butzaupass in Richtung Kronstadt fuhren. Es waren grauenhafte Bilder. Nach den Angriffen der Stuckas kippten die Russen Panzer teilweise mehrere hundert Meter den Steilhang hinab. Manche überschlugen sich mehrmals, einige explodierten. Es war grauenhaft. Aber hier kam der Russe nicht durch. Nach der Landung Verlegung sofort nach Piskolt. Dort waren die vom Jagdgeschwader 53 mit Major Hader. Irgendetwas war los, man spürte das. Aber keiner wusste was. Plötzlich war unser Kommodore Oberstleutnant Steinhoff da und der Jafü Oberstleutnant Neumann hatte sich eingefunden. Ich sah sie erregt mit Major Hader debattieren. Tony sagte, das bedeutet nichts Gutes. Er sollte Recht behalten. Morgens alles vom Jagdgeschwader 77 antreten. Dann verkündete Major Hader vom Jagdgeschwader 53 Gestern kam von Berlin der Beschluss, dass die dritte Gruppe des Jagdgeschwaders 77 wegen Mangel an Piloten aufzulösen sei. Der Rest der 10. Staffel wird zum Jagdgeschwader 53 versetzt. Der Rest der 11. Staffel kommt zum Jagdgeschwader 52. Die Offiziere sind heute Nacht schon abgereist. Sie kommen zu Einheiten in der Reichsverteidigung. Bis morgen Einsatzruhe, dann sehen wir weiter. Wegtreten. Toni gut weniger fasste mich unter und sagte, wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Hoffentlich. Um 10 Uhr neues Gebrüll. Alle 77 sofort vor dem Gefechtsstand antreten. Was gibt es denn nun schon wieder? Hader erschien, grinste und sagte, der Auflösungsbefehl ist widerrufen, die dritte Gruppe Jagdgeschwader 77 wird nicht aufgelöst. Im Gegenteil, es kommt noch eine vierte Gruppe hinzu und wird dann in der Reichsverteidigung eingesetzt. Alle Techniker und die Piloten mit Fronterfahrung sind sofort per Bahn in Marsch zu setzen. Piloten vortreten. Toni, ich und Toni Wolf traten vor und drei Oberfähnriche neue ohne Feindflüge. Bei der elften Staffel sah es ähnlich aus. Dann kam er wieder zu uns und bei ihm war Leutnant Mockel von der elften Staffel von allen nur Mümmelmann genannt. Warum wusste keiner. Sie blieben vor uns drei stehen. Er sagte, nun brauche ich drei erfahrene Piloten, die Unterführung von Leutnant Mockel für die frontuntaugeliche Me 109 G2 zur überführen. Wir drei taten wie auf Kommando vor. Er grinst über beide Ohren. Hab ich mir gedacht. Dann zu Mockel Zufrieden? Der kannte uns ja. Er nickte und sagte sehr. Dann Maschinen sind startbereit sie können jeder Zeit los. Mockel guckte uns an. Wie lange braucht ihr? Tony meinte eine halbe Stunde. Hader sagte in einer halben Stunde werdet ihr abgeholt. So schnell habe ich noch nie meine Klamotten zusammengestaut. Gut weniger ging es genauso. Bloß weg von hier. Die G2 war fliegerisch ein gutes Flugzeug. Schnell und wendig nur schwach bewaffnet. Start war schnell und problemlos. Wolf flog als Nummer zwei. Tony als Nummer drei und ich als die vierte. Mein rechtes Fahrwerk fuhr nicht ganz ein. Tony sagte es mir über Funk. Mir egal, bloß weg von hier. Die Maschine schob leicht, aber sonst flog sie einwandfrei. Steinermanger lag am Neusiedlersee, also nahe der Grenze zu Österreich. Wolf jubelte, Wien war seine Heimat. Nach der Landung ging alles sehr schnell. Mockel regelte noch die Übergabe der Maschinen. Da saßen wir drei schon im Zug nach Wien. Tony Wolf konnte es nicht schnell genug gehen nach Hause zu kommen. In Wien ging Wolf erst einmal nach Hause. Wir stiegen um in den Zug nach Seering unserem Flugplatz. Dort hatte man uns noch gar nicht erwartet. In einer außerhalb des Platzes neu angelegten Waldsiedlung erhielten Tony und ich ein Zimmer zugewiesen mit zwei Betten. Das war ja prima. Hier waren wir vor Bomben sicher. Man hat inzwischen auch dazugelernt. Nach der Meldung beim Chef erfuhren wir, dass die Gruppe vier Staffeln bekam und jede Staffel vier Schwärme also 16 Piloten und ausgerüstet mit der neuesten Me-109 der K4 mit 2000 PS und Methanol Einspritzung und 3 Zentimeter Kanone statt der bisherigen 2 Zentimeter soll 700 kmh locker machen und mit Druckkabine bis 13.000 Meter steigen. Tony sagte wenn das stimmt werden wir den Mustangs 1 überbraten. Wir waren voller Hoffnung. Nächste Woche kommen die ersten Maschinen. Morgen guckt euch mal Wien an. Wenn die Maschinen da sind ist dazu keine Zeit mehr. Wir sagten ihm dass Wolf auch noch käme. Der wäre jetzt eben zu seinen Eltern wäre aber zum Zapfen Streich noch hier. Na prima dann habt ihr morgen einen guten Führer. So war es dann auch. Tony Wolf war begeistert uns seine Heimatstadt zu zeigen. Zuerst zum Prater war toll aber nichts los. Dann in die Stadt. Wien war eine schöne Stadt. Wir landeten im Café Fenster Gucker einem Lokal mit rundum großen Fenstern. Man konnte von innen den Verkehr draußen ausgezeichnet beobachten. Ich hatte gerade meine Tasse Muckefuck einen fürchterlichen Ersatz Kaffee getrunken. Da läuft vor meinem Fenster ein Luftwaffen Oberfinrich vorbei. Mensch das ist der Sepp Karag aus Delmenhorst. Mit dem war ich zusammen auf Segelflug Lehrgang. Den muss ich eben sprechen. Bezahlt eben für mich. Und raus war ich und hinterher. Ich rief Sepp bleib stehen warte mal. Er blieb stehen drehte sich um und fragte was wollen sie? Na sowas du bist doch der Hans Joachim Karag aus Delmenhorst. Wir waren doch zusammen in der Pfleger HJ. Ich bin Jan Tweedmeyer dein ehemaliger Scharführer. Kennst du mich nicht mehr? Da guckte er mich von oben an und sagt das war einmal. Heute bin ich Oberfeinrich und Sie sind Unteroffizier. Da wurde es Toni gut weniger zu viel. Er stellte sich direkt vor Sepp Karag und sagte Hör mal her du Milch Bubi bei uns zählt das dabei zeigte er auf mein EK und nicht das dabei zeigte er auf die Schulterstücke von Karag und jetzt machen sie dass sie weg kommen ehe ich mich vergesse wir ließen ihn einfach keine Sorge aber gut dass ich das weiß so und jetzt ab mit euch zur Kleiderkammer und holt euch neue Klamotten in diesem Räuber Zivil will ich euch nicht nochmal sehen auf der Kammer wusste man Bescheid wir wurden vollständig neu eingekleidet dazu gab es eine neue Leder Garnitur Jacke Hose Pelz Stiefel alles vom Feinsten und Fabrik Neu Als letztes gab es Lederhandschuhe und alles elektrisch beheizt Als wir schwer bepackt auf unsere Stuben waren sagte Toni zu mir Jetzt glaube ich das mit den 13.000 Metern Jeder Pilot bekam dann einen Ausweis in dem Stand dass der Inhaber als Pilot in der Reichsverteidigung eingesetzt sei und zu keinen anderen Aufgaben herangezogen werden dürfe Darunter ein Stempel vom General Jagdflieger Galland und von unserem Kommandeur unterschrieben Jetzt konnte uns keiner Am anderen Morgen alle Piloten die aus Rumänien kamen sofort zum Gefecht stand Dort verkündete der Kommandeur Es ist allgemeine Urlaubssperre aber alle Rumänien Piloten erhalten 8 Tage Sonderurlaub zur Auffrischung der Nerven und jetzt haut ab aber seid pünktlich zurück hin zur Schreibstube der Spieß hatte alles vorbereitet her mit den Papieren dann zur Unterkunft und den kleinen Koffer der immer gepackt mit dem nötigsten bereit stand und ab zum Bahnhof Ich hatte Glück und erwischte im letzten Moment den Urlauberzug nach Hannover Fünf Wagons waren an den normalen Schnellzug nach Hannover angehängt Er fuhr über Prag Dresden nach Hannover Dort musste ich umsteigen Der Zug war proppevoll Vor allem von Nachrichten Helferinnen Ich blieb Bis Prag stand ich im Gang Dann zupfte mich einer am Ärmel Ich denke ich sehe nicht recht Meine Kotz Tante zog mich hinter sich her in die Abteil Hier saßen sieben Mädchen Sie stellte mich als ihr Retter vor den Russen vor Vom Fenster kam eine Stimme Meiner auch Ach ne Da saß die kleine Schwarzhaarige die im Rumpf gelegen hatte Aber es ist verboten und jetzt kommt er auf den Sitzplatz am Fenster hinter unseren Mänteln da sieht ihn keiner Jemand was dagegen Nein dann komm Und schon saß ich am Fenster neben der kleinen Schwarzhaarigen und das Erzählen ging los Alle waren aus Rumänien auf abenteuerlichen Wegen raus Als dann meine Kotztante die sich mit Magda vorstellte erzählte wie sie aus Angst vor dem Sterben weil sie keine Form voll gekotzt hatte erschütterte brüllendes Gelächter unser Abteil Sie fuhren alle nach Braunschweig das konnte ja noch heiter werden Rita so hieß die kleine Schwarze hatte mich ganz hinter den Mänteln versteckt Ich schlief bald ein Eine Unterführerin die auch im Abteil saß gab ihren Segen Als ich aufwachte kam gerade die Zugkontrolle Ich hörte wie die Unterführerin zum kontrollierenden aus Rumänien und haben Schlimmes hinter sich Er nickte und ging Die Gefahr war vorbei Ich nahm Rita die mit offenen Mund röchelnd an mich gelehnt schlief fest in den Arm und schlief auch wieder ein Nächster Halt war Dresden Hier gab es vom Roten Kreuz pro Mann oder Frau eine Tasse Ersatz Kaffee In meinem Handgepäck hatte ich noch einige Dosen Schoka Cola Ich holte eine Dose raus und verteilte sie Das hatten sie lange nicht gehabt Jeder bekam ein Dreieck Ich stieg gewaltig in ihrem Ansehen Der Rest mit der Dose gab ich unauffällig der kleinen Rita Sie war ein nettes Liebes wohlerzogenes Mädchen aus Kiel Schade dass wir haben und das dass die w ein wird ver wird Untertitelung des ZDF, 2020